es wird euch da mal Zeit so, das ist eingekreist ich krieg's nicht hin dann ziehst du die oben nach Moluchistan wir können G-G-S-U-Yak Halt, Moment, mein Motto ist gerade gut, ich muss kurz unterbrechen also jetzt ist sie wieder draußen ich hab 90 Einheiten 100 wie 100? 190? ich hab aber nicht 190, ich hab nur 90 einheiten warte, ich muss ganz kontrollieren nein, du hast 100 aber wenn du die dahin ziehst, nach da oben, hast du nur noch 90, weil die schon 10 da sind nee, es sind 90 Tja, dann sind sie ja 90 von dir find ich irgendwie doof Wieso hab ich nur 90 und du 100? Du wolltest auch 100. Und wohin jetzt? Bei mir ist die ganze Zeit so eine scheiß Strecke da und ich kapier die nicht. Tja, das musst du machen. Das ist der Weg, den die gehen. Aber der ist totaler Murks. Warum gehen die überhaupt? Ich hab niemandem gesagt, er soll gehen. So kannst du. Ich will nicht, dass die gehen. Wie kann ich das wieder stoppen und zurücksetzen? Einfach, äh, warte. Ich brauch gerade mehr am Ende da. Ja, wohin soll ich die denn marschen lassen? Lass es stehen. Viel hinzufügen. Waaah! Was hast du denn jetzt getan? Ich weiß nicht. Ah, ich pack die jetzt einfach mal in die Mitte. Waaah, warum geht das nicht? Mach doch mal. Du wirst da unten in diesem Fest gestehen, wenn du diese Armeen rückzerstellt Marsch. Dann ziehst du die irgendwo hin? Marsch, ja. Warte, warte, Marsch? Ja, und dann kann ich da nur hinklicken. Genau. Und jetzt gehst du nur noch da oben. Wohin? In diese Ecke hier. Kann die... Wo steht der Name? Du hältst auf diese Stadt. Ah ja, hier kannst du es. Genau, und dann ziehst du die Truppen hin. Wieso da hin? Da oben kannst du dann, äh, Neufundland angreifen. Aber noch nicht auf... Siehste, sie sammeln sich da... Sollen sich da erstmal alle sammeln. Das ist spätestens... Was? In zwei Tagen und drei Stunden. In spätestens zwei... In zwei Tagen sind die Puppette da oben. Nicht da hin. Wie, nicht da hin. Kannst du sehen, wie ich hingehe? Warte. Ja, doch, ist richtig so. Natürlich kann ich das. Deswegen haben wir noch meinen so einen Charakter. Hey, du hast mehr als 100. Das ist ja sauscheiß unrealistisch unfair. Hm? Du hast 121 Einheiten. Nö, ich hab 90. Du hast 121, marokkanische Heeresgruppe. Nein, ich habe 90. Du hast sie, äh, von Marokko mit dazu gezogen. Was bist du? Das ist in der Mitte. Das kleine grüne. Du... Du kannst alle Einheiten einkreisen, die sichtbar sind. Die werden alle hintereinander gezielt. So, 101 Einheiten hab ich jetzt bei dir. Ah ja, gut, das war falsch. Ich hab wieder was mit eingekreiselt. Na, ne, schon richtig so. Ich hab 100. Ich find das sau unfair. Hier, jetzt geh mal unten. Nein, Moment. Du hast gesagt, ich hab 100. So, dann kreisel bitte mal meine scheiß Einheiten ein. Warum sind das nicht 100? Weil das jetzt irgendein Bug ist. Nein, jetzt ernsthaft. Kreisel die mal ein. Es sind nicht 100, richtig? Ja. Ha, siehst du? Warum nicht? Das ist sau unfair. Bei mir steht aber bei dir auch 100. Das ist wenn du sie einkreizt. Bei mir steht wiederum 90. Das ist ein kleiner Spielback. Keine Ahnung. Zumindest unten ist es eine kleine Karte. Du siehst du drei Symbole. Nö. Doch, ja. Doch. Da ist so ein Artillerie, Hammer und Linksbums und der Spion. In der Mitte drückst du dann auf diesen Hammer. K. Ja. Das hab ich nicht gemacht. Weiß ich nicht. Das hast du doch gemacht. Das sind so, das sind Bausteine. Bausteine? Ne. Bausteine sehe ich nicht. Auf der rechten Seite. Bausteine, Bausteine. Meinst du jetzt so hier? Haut. Diese Bausteine in diesem komischen Filter. Musst du draufklicken. Da steht dann, äh... Hier ist ein Auto. Ach, Moment, Moment. Jetzt verstehe ich, warum hier die ganze Zeit so ein scheißes Sound ist. Jetzt ist der weg. Ha, jetzt kann ich viel besser hören. Die ganze Zeit war so ein scheiß Maschinengewehr-Sound im Hintergrund. Ha, okay. Also, Bausteine. Seh ich nicht. Doch. Also rechts an der Seite sehe ich irgendwelche Bausteine mit nem Hammer, aber sonst... Äh, ja. Was soll ich damit machen? Dann klickst du drauf und musst gucken, ob da Wehramt steht. Und das musst du dann bauen. Auf jedem Feld, damit du Truppen rekrutieren kannst. Was? Wehramt? Mhm. Ich kann überhaupt kein Gebäude bauen. Du kannst aber auf die Nation einzeln klicken und kannst da bauen, aber hier geht es schneller. Ah ja, Wehramt. Das heißt, brauche ich ein Wehramt oder brauche ich kein Wehramt? Ja, um Truppen zu bauen. Ja, brauche ich jetzt ein Wehramt oder nicht? Ja, für jedes Land. Das ist... Soll ich das jetzt überall bauen? Ja, das ist nicht so teuer, das ist für dich. Kann ich das überall auch bauen? Also das heißt, kann ich das bauen? Ja, das kannst du auch überall bauen. Du kannst alles, alles überall bauen. Nein, ob ich das überall bauen kann, vom Geldlichen her, was ich an Geld hab. Ja, kannst du. Woher weißt du das? Soll ich dir direkt da hochkommen mit nem Truppen? Ja klar, wenn du mir helfen möchtest. Nein. Wie, nein? Also was? Ich komme jetzt hoch zu dir. Doch, ich komme jetzt hoch zu dir. Heißt du, schickst jetzt deine Truppen zu mir? Mhm. Jetzt schickst du oben auf den Kreis, du siehst das schon. Was? Wo sehe ich das? Wenn du nach oben auf diesem Kreis in den viereckigen grünen Kasten wirst. Weiß, viereckiger grünen Kasten. Oben unter dem X. Oben unter dem... Da ist ein grüner Kreis. Und dann klickst du drauf, dann siehst du, dass meine Truppen jetzt nach Forst Duell latschen. Nö, da stehen irgendwelche komischen undefinierbaren Zahlen. Ja, das soll nicht. So. Das ist, äh, das es geladen hat. Jetzt siehst du aber, dass meine Truppen... Ich sehe überhaupt gar nichts, ehrlich gesagt. Oh, komm zu. Aber ich... Also, Moment. Wo soll ich drauf drücken? Was weiß, die alle Truppen zusammen schenken sie wieder. Hallo, wo soll ich drauf drücken? Hm? Wo ich drauf drücken soll? Lass die Truppen jetzt immer so einen Haufen. Ich will das nicht... Ich will doch wissen, wo ich sehe, dass ich angegriffen werde. Du wirst nicht eingegriffen, du musst ihn angereifen, wenn deine Truppen alle gesammelt sind. Hm. Hä? Das dauert auch ein bisschen. Kapierst du nicht. Unten in der Leiste steht dann erstmal so... In zwei Tagen. Hey, oh Gott! Ich habe einen grünen, komisches... Grünes... Strich oder so... Ist hier. Das bin ich. Das bin ich. Das sind meine Truppen, die auf dem Weg zu dir sind. Und wieso sind die auf dem Weg zu mir? Weil du eben gesagt hast, sie soll die Truppen aufschicken. Ah ja, okay. Hä? Bin ich jetzt eigentlich im Krieg mit einer Nation oder nicht? Nein! Seit wie viel Stunden läuft dieses Spiel? Seit vorhin. Das kann er sich so über 186 Tage oder 200 oder bis 300 Tage hinziehen. Also ich bin gerade in einem Raum drin, der bloß 186 Tage schon dauert. Auf der Map ist mein Bruder Marokko. Was? Hä? Der Deutsche denkt Frankreich. Mit ihnen angreifen. Was? Hä? Was schreiben die da für ein komisches Zeug? Es ist... Normal. Es ist... Ja. Erstens, wir bin schon hier beigetreten. Wissen zum Kram. Du kannst dir Artikel reinschreiben. Es ist wie die Tageszeitung. Es ist wie die... Weltbild. Das heißt, ich kann da auch Rasssachen reinschreiben? Ja, kannst du auch. Bitte keine rassistischen Sachen. Also... Darf ich Sachen schreiben, die Bade schreiben würde? Hm? Nein, nicht wie Bade schreiben. Oh, sorry.